Hey! Ihr da! Ihr habt in meinem Hinterzimmer nichts zu suchen! Oh, es ist etwas zu verletzungsgeräusches. Musik Als die Bierkasse eines Zwergs Das ist noch immer das Gleiche Johann tu dies, Johann tu das Sieh mal, das ist doch einleuchtend Du kannst nicht essen, weil du keinen Magen hast So, so? Wie kommt es dann, dass wir sprechen können? Wir haben doch auch keine Stimmbänder Erklär mir das mal, du Schlaumeier Da hast du recht Genau genommen haben wir ja auch keine Muskeln Und kein Fleisch auf unseren Knochen Was hält uns denn eigentlich zusammen? Am besten gar nicht darüber nachdenken Ich habe keine Lust vor lauter Philosophie Auseinander zu fallen Ekelhaft 2016 2016 2020 DJ Jungs 22 Lلم rich